Absichtlich, nur um Spieler zu ärgern. Kann mir keiner zählen hier. Fein. Ich krieg immer aufs Maul. Ich krieg immer aufs Maul. Ist egal, was ich mache. Das ist gewollt, dass ich aus dem Maul kriege. Und dann dafür... Ja, drängt mich alle in die Ecke. Ganz zufällige Bewegungen hier immer. Ah, verdammte leuchtende Scheiße. Ja, ich durfte wieder nicht nach unten drückeln. Und das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich dem hinterherlaufe, dem Misskerl, ne? Dann komme ich überhaupt gar nicht dazu, zu schlagen. Und wenn ich schlage... Jetzt bin ich von mir bei dem. Dann gehe ich zurück. Wenn ich schlage, dann sind die aus der Reichweite. Oh, nein! Wollt mich doch verarschen! Ja, macht hier die ganze Zeit. Lass mich hier gar nicht raus. Ja. Hä? Hatte ich die nicht gerade... Schau mal! Lass mich bloß nicht so schlagen und bewegen, wie ich das will, das ist ein Nintendo-Scheiß-Spiel! Ja, das ist absolute Scheiße, ist das. Also... Ich weiß nicht, ich hatte Nintendo schon immer als das Gefühl... Ja, es leckt das hier wieder! Schon direkt ein Herz verloren! Sehr schön! Ey, also ich weiß nicht, Leute, die Konsole ist eigentlich total scheiße! Kann ich mir echt nicht anders sagen! Das ist da für ein Mist, dass das hier am Lecken ist, nur weil da so ein paar Männkes hier rumlaufen! Weißt du, der hat schafft meinen 100-Megang-Computer, den ich damals als allererstes hatte! Ich meine, ich weiß nicht, was die für Prozessor-Dinge jetzt hier haben! Ah! Darf ich jetzt auch mal hier... Mann, der hat mich die ganze Zeit einfach weggeschoben! Es sind ja nur noch diese Scheißkerle hier! Ja, da dreht der sich genau in dem Moment jedes Mal um! Ja, ich bekomme wieder drauf! Was ist denn auch sonst? Hallo! Verrecke! Ja! Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit denen eigentlich rumgeärgert habe gerade! Ja, toll! Hallo! Darf ich jetzt hier mal... Ich möchte wenigstens meinen Scheiß-Flask verwenden! Meine Güte! Tag! Komm! Ich bin jetzt eigentlich mit denen... Nee! Das funktioniert natürlich nicht! Ein Pfeil! Der hier! Nö! bringt nix, gar nix. Warum auch? Ah, verdammt, geht weg hier! Und vor allem hört auf zu lecken mit dem verdammten Mist. Ah. Wow, das war, das war glaube ich ein bisschen Glück. Er geht immer auf meiner Linie. Ja, hallo! Ja. Gehe ich halt wieder was voll in den Rücken hier. Das ist so unberechenbar! Man kann eigentlich immer nur davon ausgehen, es ist so gemacht, damit der Spieler immer aufs Maul bekommt. So, hier... Ah! Scheiß Türen haben wir mal hier, ey! Gibt es eigentlich noch was anderes als diese Scheiß Gegner? Ja, klar. Ja, logisch! Ich kriege halt nur aufs Maul, ich sterbe mich einfach dadurch. Die Mistkerle geben mir ja kein Herz. Mann! Ich will hier keinen Nickel hier wieder. Hallo! Ich darf immer nur in eine Richtung schlagen! Also, ne? Verdammte Viecher, ey! Bleibt mir von der... vom Pelz, ey! Hatte ich ihn nicht schon dreimal? Jetzt aber auf jeden Fall. Komm her! Mann, ich krieg dich schon noch. Keine Angst. Erstmal hol ich mir den Schlüssel hier. Zack! Kannst du mal hier zu mir rüberhüpfen? Wenn du jetzt zu der anderen Seite gehst, willst du nicht hier weggehen, ne? So. Sehe ich hier wieder nix? Dann haben wir die Mistkerle. Ja, der kommt jetzt natürlich direkt von oben. Dann würde ich direkt aufs Maul bekommen, weil ich kann mich ja nicht wehren. So. Einmal. Ah! Aber es leckt immer noch. Man merkt es echt. Ja. Immer dann umdrehen. So. Jetzt. Das kann ich mal bitte früher gebrauchen können. Das kann ich in jedem Raum bitte gebrauchen. So. Zehn Andy has the bomb. Ja. Brauche ich zehn Bomben für den Endgegner jetzt, oder was? Hm. Nur dafür bin ich jetzt hier hingekommen. Da muss aber schon irgendwas mit Bomben möglich sein hier. Versuchen wir einfach mal. Ah, jetzt habe ich das Buch gesehen. Ich habe es doch da oben. Ja, hat nichts gebracht. Hier. Ja. Scheiß Feuer. Kacke hier. Ich weiß nicht, will ich nicht wieder alle meine Bomben hier verschleudern, ne? Und der wird bestimmt nicht direkt zum Boss gehe ich da hier gehen. Das wäre sehr bescheuert. Ja, die sind wieder da. So. So. Hallo. So. Dann werde ich mal eben vielleicht noch mal schnell schauen. Ähm. Den Mistkerl. Den Mistkerl. Hä? Was muss ich denn nicht machen? Einen und zu nach links. Also da, wo die Haupthelse mit dem Kompass waren. Ist das eine Spinne? Ja. Du siehst, das ist von wegen Spinne mit Pfeilen. War ja das Mistvieh. Ah, nein. Ja. Hallo. Ah. Es ist so unfair. Ich darf hier nix machen. Immer nur aus Maulkassieren. Ich weiß nicht, muss die alle hier killen. Ah. Ja, und dann dreht der sich natürlich um. Was denn sonst? Entzünd. So. Verdammter Mist hier, ey. Äh. Da nach links. Zu der Spinne. Hallo. Da. Durch. Ey. Bleib da einfach immer an dieser scheiß Türarm hängen. Das ist doch keine Spinne. Das ist niemals eine Spinne. Das ist doch eine Krabbe, ey. Ja. Ah, ah, ja. Ich kriege... Der macht mir ja Damage. Ja. Der macht das Maul natürlich nicht dann auf, wenn ich in Position bin. Ja. Sie sagen... Ja. Ich dachte, das Ding geht weg. Ich sage es zu dem... Hallo. Zu dem Ding sagen die Spinne. Das ist keine Spinne. Das sieht aus wie eine Krabbe. So. Boah, ich dachte... Ich habe gerade gedacht, der hätte mir was getroffen. Ne? Wollte da reinlaufen. Ah, so. Spinne. So. Äh, Spinne. Mit Pfeil. Dann geh rechts und besiege deine Feinde, sodass du den Dinkernstein bewegen kannst. Moment. Ich sehe es sowieso falsch. Specter Rock ist, äh, T to death. Also heißt, von hier aus soll ich nach rechts gehen? Das heißt ja aber auch von wegen, ähm, aber hier ist doch kein Stein. Hä? Wo bin ich denn hier? Als und dann links und dann oben leere Feind. So, wo bin ich hier falsch? So. Äh, erstmal Licht machen. Hallo. Wie passend, dass das Scheißding nie dann angeht, wenn ich es gebrauchen kann. Ja. Warum? Warum können die dann irgendwann mit mich durchgehen und ich nicht, äh... Ja. Ah. Ah. Flask. Schnell mal hier voll heilen. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber jetzt habe ich keinen mehr. Das heißt, wir müssen mir dann gleich auch direkt wieder... ...neun kaufen. Ah. Jetzt bin ich hier. Hier habe ich einen Schlüssel gekriegt, glaube ich, ne? Das bringt ja nichts. Hä? Das waren doch eben zwei Kaninchen. Und nicht so eine Mumie. So. Hallo. Ich will hier weg. Muss ich jetzt hier runter? Zack, 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 zack. Dann hier rauf. So. Da. Ich muss jetzt diesen Raum finden. Hallo. So, das ist, glaube ich, der Raum mit den Kaninchen, den ich hier gesehen habe. Wie er auch einfach nie die Kacke anmachen will. Kann ich nicht auch... Vielleicht die wenigstens abschießen mit dem Bogen. Wow. Sogar sehr gut. Zack. Mann, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Also. Das war jetzt hier mit den Kaninchen. Äh, springe in der oberen Wand, töte deine Feinde und den Raum für den Schlüssel. Gehe nach links und erledige hier... Gehe zurück in der Eingangszahle. Zweimal nach rechts und alle nach oben. Erledige weiter mal. Oder mit Hilfe der... ...sowieso starb. Ach, die... Die, die, diese... Ähm, vielleicht hast du eine Pflanze, kann man mit dem Stab erledigen. Sprengen sie. Die obere Wand, töte deine Feinde in den Raum für den Schlüssel. Gehe nach links und erledige hier auch hier die Feinde für den Schlüssel. Schließen gehst du weiter nach links und hinter... Gegner... Hier findest du den... ...über den Kompass. Also, das war hier, so. Okay, das ist unser Ausgangspunkt. All nun zurück nach links und nach oben. Erledige deine Feinde und gehe hier nochmal nach oben. Ah, verdammt, jetzt muss ich die Misskelle da... ...erledigen. Das ist jetzt natürlich... ...echt wild. Und es laggt wieder. Ah! Da kickt man einfach was von hinten aufs Maul. Eigentlich kann man immer nur in Bewegung... Hallo! Hallo! Ich komm... Werd' hier hier... Werd' hier nur weggeschubst! Guckt euch das an! Ich bin schon fast wieder down hier! Ah! Und dann... ...krieg ich hier noch alles im... ...ganz halt in den Rücken... ...also ohne... ...mich hier mal... ...geg... ...die zu sterben. Ah! Geht das nicht. So, jetzt bin ich hier. Ich hab wieder die gleiche Scheiße. Kann ich eigentlich vielleicht... ...mitte Flöte gegen dir ankommen? Äh, bringt natürlich rein gar nix. Ah! Hallo! Ja, du lässt mich die ganze Zeit nicht schlagen. Das ist ja... ...Hallo! Sieht, wie der mich verfolgt! So. Alle nur nach links... ...und nach oben. Erledige deine Feine... ...und geh hier nochmal nach oben. Jetzt bricht ruhig halt nochmal nach oben. So. Ja, aber hab ich doch... ...eben alle gekillt, ey! Diesen Raum kannst du... ...oben an der Wand... ...ne Bombe legen. Dahinter... ...okay, das heißt... ...ich muss gar nicht mal gehen... ...die alle kämpfen. Muss nur gucken... ...dass ich... ...natürlich... ...heile hier durchkommen. So. Da ist diese... ...fleischfressende Pflanze. Aber ich will gar nicht wissen... ...ja... ...wie der... ...endgegner ist. Also... ...oder ist ein... ...dungeon. Komm jetzt her, hier! Hallo! Hey! So. Karte. Jetzt haben wir die Karte. So. Kannst du... ...oh... ...warte Bombe legen... ...was... ...zum Dank gibt es... ...die Casar. ...einen Raum weiter... ...oben wartet bereits... ...oh man... ...auf dich... ...erlege die Spinne... ...schau wieder die Spinne. Achso, das war das nämlich... ...was ich gedacht hatte. Ich wäre bei der... ...Spinne. Ich hab... ...ah... ...verdammt, ey! Ich hab doch fast kein... ...ja... ...macht's mir noch einfacher hier! ...verdammt, du Scheiße! Wie soll ich denn... ...waa... ...verdammt. Keine Chance, keine Chance. Ja, den treffe ich nicht mal! Ja, toll, der macht mir ja... ...damage und die anderen nicht. Ah, verdammt, ey! Mann! ...zum kotzen! ...zum kotzen!